Ake Ich mach's noch ein bisschen leiser Ok also Select Shower Also wir haben Enduro Dead, wir haben Dead Athlon, wir haben Dead Divisions Locked? Requires Dead Loadable Content Von den in die Option habe ich auch mal vorhin mal reingeschaut Nudity, yeah, yes, dong, hell yeah, true Field of View ist wunderbar Endure 90.0 oder 90.1 Spectacular Puddles Und Kid Wobble Ist wunderbar So, schauen wir uns zuerst mal Enduro Dead an Und Did you get a haircut Dead? So, I got all of them cut Ha! Ok, ah Wir sind Thomas und Magnum Dann gibt's sonst noch Richard und Lefty und Johnny und Robin Ok Ok Ok, also wir müssen Mit unseren, mit unserem Dead duschen Ich hoffe das wird nicht Ich hoffe das darf ich überhaupt streamen Weil Pixel Dongs und so Ganz, ganz, ganz schlimm Ah fuck Ok, nochmal Dreck Deraflon Mal gucken Son, was happened to the illegally parked truck? What, dad? He got towed away Get out, dad Match the dad Ok 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 Ja, ah, ah, oofa. Okay, das ist ein wunderschönes Spiel, wunderschön. Die Musik ist nicht schlecht. Woah. Schaffen wir die hundert. Woah, das ist ein vierter Dead da. Nein! Push it. Push it. Unlocked extra soap, extra soapy. Moisturizing. Okay. Dead divisions. Mal gucken, was das ist. Son, what happens when a lumberjack doesn't know which tree to cut next? Warum ist er nackt? He gets stumped. Aha! Grab the Dead. Oh, okay. Okay, ich weiß, ich weiß, worauf das anspielt. Das könnte man eventuell auch mal spielen. Nämlich Frog Fractions. Das ist auch ein sehr interessantes Spiel. Na, komm. Oh, okay. Oho, okay. Ah, voll schüttet. Ah, voll schüttet. Okay. Wie kann ich denn das freischalten? Und das und das. Moment. 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 quand nochmal zu werden, w Charlene St extras. Moment. 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 Wie war's das eigentlich mit der Umfrage? Zu den Overlays? Achso, ähm, achso, ja, ähm, die Umfrage, äh, weil ich die ganzen Overlays, jetzt zum Beispiel im Lillanen Overlay, da passt halt, passt halt so leer Darklink und, und sonst so weiter, die passen halt da irgendwie nicht direkt rein. Und, ähm, ja, und da wollte ich euch mal fragen, ob euch eventuell irgendwelche Videospielcharaktere einfallen, äh, ob euch da irgendwelche, äh, Videospielcharaktere einfallen, die ich dann reinbauen kann, da, damit das halt alles ein bisschen besser ist und so weiter. Und halt die letzte Frage dann auch noch, ob euch irgendwie, ob ihr irgendwelche anderen Farben, die es bisher noch nicht gibt, äh, wünscht euch. Und, und ja, ich finde online keine Cheats. Machen wir noch eine Runde Enduro, Dad? Ist um eine Schampo-Addiction zu haben. Keine Angst, ich bin jetzt clean. Double Points. Nice. Dann machen wir Banjo-Tui. Ich war nicht bei dem. Scheiße Zeug. Keine Ahnung. Wie ist das Spiel? Kurzweilig. Aber ja. Ganz okay. Ganz okay. Bloß weiß ich nicht. Ein bisschen sehr, auf Dauer vielleicht ein bisschen sehr eintönig. Aber ja. Für ein paar Minuten, für die ersten paar Minuten auf jeden Fall recht unterhaltsam.